ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren video von security person heutiges thema angst zum verkaufen das ding ist auch ich habe früher zu der fraktion gehört und viele bei unserem mentor die sich selbstständig gemacht haben haben auch immer das problem seit man sich irgendwie wie soll man es am besten erklären sich zu fürchten geld zu verlangen sich zu fürchten anderen leuten sei es mal in der option anzubieten ja und damit meine ich nicht kaufe bei mir in bullshit und bla bla sondern wirklich so okay ich sicher die system dafür kriege ich 500 euro das ist eigentlich total unterpreis ist aber sonst nur sowas und da gibt es so viele leute dieses so gedanken machen das ist nicht gut ich habe angst und das ding ganz ehrlich überlegt mal eine einzige sache bevor du selbstständig wirst bevor du in die richtung gehst ja bitte zu mir wird und ich sage es ganz ehrlich ich glaube jeder mensch kann mir wird bieten auf die eine oder andere weise ja aber bevor du jetzt in ein gespräch reingehst oder sagen wir so mit einem gespräch bevor du sagst ja kostet was nicht 5000 euro überlegt das selbst ja biete ich mir wird ja und nicht irgendwie ja wird schon mehrere zeiten so bist du voll und fest davon überzeugt ja dass du mehrwert bietest sobald das passiert jetzt mal so ist es fair dass du geld dafür bekommst ob du jetzt über unter oder im richtigen preissegment bist ist egal ja das ist dann wieder eine andere geschichte aber überleg dir mal du kommst zu mir zur security passion ich habe einen windows rechner der hat ein schlechtes password der ist ungesichert keine ahnung irgendwie sowas ja und du sicherst mir jetzt ab dass es super sicher ist ja ich würde geld dafür geben weil jetzt hast du meinen rechner sicher gemacht ja sprich wo ist jetzt das problem und das nächste ist du musst überlegen wenn du selbstständig sein wirst oder wenn du deine eigene firma haben willst ohne verkauf kriegt gar nichts ja ohne verkauf wirst dann keine kunden kommen und ich sage mal so ich lebe mit ein paar selbstständigen zusammen was meine ich jetzt damit so ich kenne paar leute die ich immer wieder zusammenarbeiter die auch selbstständig sind und dann merkst du so bei deren geht es alles über sagen und freunde empfehlen so aber null um verkaufen das ist immer so ein hin und her die meisten von denen schimpfen sich ja selbstständig arbeiten aber irgendwo teilzeit plus irgendwie nebenbei holen sie sich alle fünf monate mal einen auftrag rein und sagen sie sind selbstständig nein meiner Meinung nach nicht ist einfach nur ein nebeneinkommen aber ok und da ist halt das ding ich sag's ganz ehrlich was ich von den leuten gelernt habe wenn du gar nicht verkaufen kannst dann brauchst du keine firma dann brauchst du nicht selbstständig sagen nicht falsch verstehen war nicht böse gemeint aber ist so weil du musst immer überlegen es muss ein cashflow geben ja geld muss rein geld muss raus ist klar aber dafür dass geld reinkommt dass du ausgaben haben kannst du dir notebook kaufen kannst du so eine börse kaufen kannst was auch immer muss geld rein geld rein kommt eigentlich durch verkauf sprich du holst den kunden der kunde kriegt bei dir eine super dienstleistung und jetzt ist dafür entlohnt ja und zu guter letzt noch ein kleiner quicktipp wie soll verkaufen besser funktioniert eigentlich relativ simpel denk an gar nichts außer wie kann ich den kunden helfen und dann noch mal zehn prozent drauflegen ja und zwar sagen schon am anfang ja im ersten gespräch ich würde den den und den schritt gehen und das und das und das machen an ihrer stelle an deiner stelle je nachdem wie du es handhabst mit den kunden und sagst wirklich 100 prozent transparent was du machen würdest dann gibt es noch zehn prozent reingabe drauf so und da kann es auch gleich dazu sein als unsere strategie egal ob das bei mir magst du bei mir andern magst so wie das machen da bin ich fettes und fest davon überzeugt ja und allein dieser spruch dass du es so oft siehst ja hilft wirklich enorm beim verkaufen bist offen du bist ehrlich du bist transparent und löst schon das problem bevor der kunde gekauft hat die umsetzung oder wie ist der kunde und selbst sei jetzt mal das problem selbst löst ja weiß ich nicht ob es alleine schafft da will dann eben darf dich zurück referenz entspricht hast den verkauf ja in den wenigsten fällen wieder mit anbieten aber im großen und ganzen durch das offen sein ehrlich sein transparent sein ist meistens die preisfrage nebenbei ja nebensächlich ja und es geht eigentlich nur darum kannst du mir helfen das problem zu lösen und ist auch mehr so auf einer wie soll man sagen offen und ehrlichen beziehungen das ist dann schon mehr wie eine freundschaft ja man deine hand wäscht die andere nur halt dass man jetzt mal geld gegen dienst hat und geld gegen ware tauscht ja und in diesem sinne viel erfolg hast du noch immer fragen dazu oder brauchst du noch ein paar tipps einfach in die kommentare oder mir bei telecom schreiben einfach in unserer gruppe dazugehen mich auswählen privatnachricht oder natürlich auch eine e mail schreiben ist auch ganz okay in diesem sinne herzlichen dank fürs zuschauen bis zum nächsten video dann dann hier bis zum nächsten video dann b Untertitelung des ZDF für funk, 2017